Hallo an alle leidenschaftlichen Borussia Mönchengladbach-Fans! Lasst uns über unseren Trainer Gerardo Seohane und das sprechen, was er über unseren Verteidiger Nico Elwedi zu sagen hat. Seohane hat deutlich gemacht, dass sie derzeit Gespräche führen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wenn Nico sich klar zum Borussia bekennt, stehen ihm alle Türen offen. Das ist, was wir hören wollen, nicht wahr? Im Moment gehört er noch zum Kader, aber Seohane hat betont, dass er nicht genauso behandelt wird wie ein Spieler, der zu 100% zum Borussia steht. Das bedeutet, die Situation von Elwedi liegt jetzt in seinen Händen. Und jetzt möchten wir wissen, was ihr, treue Fans, davon haltet. Was erwartet ihr, dass mit Nico Elwedi passiert? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren und lasst uns über die Zukunft unseres Vereins diskutieren.